Was fordern Sie denn von Adam Schalloy? Das ist ja so der prominenteste Neuzugang, den Sie im Team haben. Dass er all seine Fähigkeiten einbringt. Sind Sie überrascht über diesen Hype um Ihre Person? Nein, erstmal freue ich mich darüber. Eine Defensive oder eine Offensive? An den Ergebnissen. Da zwickt es am meisten, dass man da nicht die Richtigen erzielt hat.